Und ich will sagen, dass Muhammad Alhamdulillah, heute ist Montag mit Geschwistern, wir fahren fort mit unserer Surah, Surah Muhammad, mit der wir die letzte Worte von Al-Gonham und wir haben die Surah, die wir heute lesen. Und das wurde erklärt, heute fahren wir weiter fort, das ist auf der Seite 507 bei mir und die Ayah 4 ist die Ayah, die wir heute lesen und die fortfolgenden, bitte holt alle euer Koran heraus, damit wir gemeinsam lesen und den Lohn gemeinsam bekommen. Jazakumullah Khairan, Wabarakullah Fikum. Jazakumullah Khairan, Wabarak. Choran, Wabarak. ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن يبلو بعضكم ببعض ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن يبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم نعم، فإذا لقيتم الذين كفروا فضربر لقاب Wenn ihr auf ihnen, die ungläubig sind, im Kampf werdet, dann schlagt ihnen die Namen. Das heißt, die Surat Muhammad heißt auch Surat Al-Qital, der Kampf. Und die erste Ayah war was in Surat Al-Qital oder Surat Muhammad? Was war die erste Ayah? Diejenigen, die ungläubig sind, Glaubensverweiger sind und vom Wege Allahs abgehalten haben. Das heißt, wenn die Muslime ständig davon abgehalten werden, ihre Religion zu praktizieren und sie aufgrund ihrer Religion bekämpft werden, getötet werden, was bleibt ihnen anderes übrig als der Kampf? Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala, ja alhamdulillah, deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala dann den Muslimen das im Kampf mitgegeben, dass sie die Kuffar hart bekämpfen sollen. Denn das passiert nicht ohne weiteres, sondern ihr solltet wissen, liebe Geschwister, die Religion des Islam ist keine Religion des Terrors oder der Religion, die Leute einschüchtern wollen oder terrorisieren wollen oder bekämpfen wollen oder sie unterdrücken wollen. Im Gegenteil. Was ist der Beweis dafür? Der Beweis dafür ist, dass in der Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam und in der Zeit von Abu Bakr al-Siddiq und Omar ibn al-Khattab und Uthman ibn Affan und Ali radiyallahu anhum ajma'in, Wann sind die Kuffar zu Muslimen geworden? Genau in ihrer Zeit. Warum? Weil sie gesehen haben, dass der Islam absolute was ist? Absolute Gerechtigkeit ist. Wie Allah subhanahu wa ta'ala auch im Koran sagt. Allah azzawajal sagt in Surat Al-Ma'idah, Und diejenigen, die euch gegenüber Übles tun, dieses soll euch nicht dazu verleiten, ungerecht zu ihnen zu sein. Was heißt ungerecht zu sein? Allah azzawajal hat trotz, natürlich ihr empfindet etwas im Herzen gegenüber diesen Leuten, wenn sie euch das alles antun, was sie euch angetan haben, Aber es soll euch nicht dazu verleiten, etwas zu tun, was mit Ungerechtigkeit zu tun hat. Subhanallah. Ist das eine Religion, die Terror will? Oder ist das eine Religion, die den Kampf will? Auf keinen Fall. Das ist eine Religion, die Frieden will. Und ihr wisst, Salam ist von welchem Wort abgeleitet? Von? Bitte? Von welchem Wort? Ja, was heißt das? Okay. Okay. Das heißt, wir reden hier über was? Über Friede. Wir reden nicht über Krieg und über Terror. Aber subhanallah, die Kuffar, und das ist genau dasselbe Bild heute, da brauchen wir uns nicht zu wundern. Die Kuffar dringen die Muslime so weit in die Ecke, bis sie sich zum Schluss verteidigen und dann sagen sie, das sind Terroristen, das ist eine terroristische Religion. Ich muss euch nichts sagen. Schaut euch in der Welt um. Schaut euch in der gesamten Welt um. Sie haben alles kaputt gemacht in den islamischen Ländern, was man nur kaputt machen kann. Die Führer, die dort sind, kommen von wo? Von ihnen. Sie wurden von ihnen geschult oder hingestellt. Deswegen haben sie die Türkei sehr heftig bekämpft. An dem Tag, als sie den Militärputsch in Türkei zu beabsichtigen versucht haben, Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal hat es ihnen nicht erlaubt, sie hatten schon den neuen Präsidenten, türkischen Präsidenten in der Tasche. Wer war das? Wer war das? Dieser, der in Amerika lebt, den sie beschützen. Und wenn sie ihn beschützen und ihn fördern und ihm die Macht geben wollen, was denkt ihr, hat er die Akida von einem Muslim? Niemals! Sie werden niemals ein Interesse daran haben, dass ein Muslim, dass ein Muslim Staatsoberhaupt ist. Warum? Ihr seht, die Verträge auch jetzt 1923, die gekündigt werden in der Türkei. Wisst ihr, was Inhalt von diesen Verträgen war? Was die Kuffar sie damals verpflichtet haben? Es darf bis zu dieser Zeit kein islamischer Staat entstehen. Deswegen bekämpfen sie die Türkei, weil sie wollen nicht, dass diese Verträge jetzt demnächst enden. Das heißt, liebe Geschwister, diese ISIS-Sache, was sie kreiert haben, was die Geheimdienste kreiert haben, das heißt, sie haben diese Leute rausgebracht. Sie haben eine Sache IS genannt, islamischer Staat. Wisst ihr, nur mit einer Absicht, um die Leute abzuschrecken vor einem tatsächlichen islamischen Staat. Das war ihr ganzer Plan, nichts anderes. Wallahi l'adim, bei Allah nichts anderes. Damit sie den Leuten zeigen, schaut mal, dieser Staat ist ein gefährlicher Staat und niemals könnt ihr so etwas dulden, wollt ihr Leute wie die ISIS, die überall Anschläge machen. Wir sagen, bevor ihr Kuffar euch von diesen Leuten freisprecht, wir sind vor euch, die sich vor diesen Leuten freisprechen. Und wir wissen, diese Leute haben nichts mit Islam zu tun und hatten niemals etwas mit Islam zu tun. Abu'l-Bara, wo ist dein Beweis? Der Beweis, der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, war einmal in einer Schlacht. Khalid ibn Walid, radiallahu alaihi wa sallam, was denkt ihr? Hat er eine gewaltige Stellung im Islam gehabt? Er hat eine gewaltige Stellung im Islam gehabt. Als er auf der Seite der Muslime gekämpft hat, hat er eine Frau getötet, die keine Muslime war. Im Krieg? Kann passieren? So hat der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, gesagt. Ich sage mich los von der Tat von Khalid ibn Walid. Subhanallah, warum? Sagt man, ist doch Krieg, kann passieren. Wie die Amerikaner das heute nennen, Kollateralschaden. So nennen sie das. Das heißt, dieses Ziel, was ich anvisiert habe, ist sowieso nicht das Ziel, was eigentlich das militärische Ziel ist, sondern das sind zivile Opfer. Aber mit den zivilen Opfern sterben noch Hunderttausende dazu. Das ist Kollateralschaden. Das heißt, das ist Schaden, der eigentlich nicht so eingerechnet war. Aber wir wollen ihn natürlich versuchen zu verhindern, weil der nette Trump hat letztens auch keinen Angriff gestartet, weil er hat Angst gehabt, dass 150 Leute bei der Aktion sterben. Sag mal, wollt ihr uns für blöd verkaufen? Ihr habt eine Million getötet und dann redet ihr über 150 Leute? Und das ist die Sache, liebe Geschwister, dass diese Leute, sie haben auch in der Zeit vom Propheten, und ich habe euch das erklärt, alle Ayat im Koran Al-Karim, von Anfang bis Ende, was haben wir gesagt, wie viele Ayat gehen oder handeln um den Kampf? Wie viele Ayat? 41. Tayyib, von diesen 41 Ayat, wie viele gingen um Selbstverteidigung der Muslime? 39. 39. Aber schaut mal jetzt zum Beispiel, ich gebe euch nur ein Beispiel. Die Kuffar, die kommen mit, im Übrigen Kuffar, das ist kein Schimpfwort, sondern für uns heißt das, sie glauben nicht an das, woran wir glauben. So wie wir für sie Kuffar sind, aber das interessiert uns wenig. Alhamdulillah, wir wissen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Tayyib, Allah SWT sagt in einer Ayat, und wenn ihr sie antrifft, er sagt, das ist eine Kriegssituation ebenfalls, und so lauert ihn überall auf, wo ihr sie antrifft, und vertreibt sie. Jetzt die Kuffar haben diese Ayat genommen. Sagen, guck mal, was der Islam dir bietet, die sollen uns Kuffar auflauern und uns Schlechtes antun. Lies doch weiter, von wo ihr sie vertrieben habt. Das ist uninteressant. Das heißt, um was geht diese Ayat? Einfach nur, dass die Leute sich verteidigen für das, was ihnen angetan wurde. Dann fragen wir, wenn das illegitim ist, wie die Leute heute behaupten, warum, wehrt ihr euch? Dann fragen wir, wozu habt ihr Verteidigungsministerien in euren Ländern? Warum verteidigt ihr euch? Oder warum habt ihr das Recht, euch zu verteidigen? Die Antwort ist, weil sie sich besser sehen als wir. Und das ist so, wie ich es sage. Wallahil adim, diese Leute sehen sich besser als wir. Das ist eine klare Sache, die so in dieser heutigen Politik weiter fortgeführt wurde. Allah azzawajal sagt nicht umsonst, فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَبَرْبَرْ لِقَابُ So schlagt ihnen den Nacken. Das heißt, seid hart zu ihnen, damit sie nicht denken, sie können mit euch machen, was sie wollen. Und wir sehen doch, dass sie machen mit uns, was sie wollen. Wen interessiert das, dass in China Konzentrationslager errichtet wurden? Wen interessiert das? Wie viele Leute töten sie? Wallahi, sie haben Schilder geschrieben, eure fünf Gebete nützen euch nichts, ihr sollt lieber arbeiten. Haben sie auf den Konzentrationslagerschildern geschrieben? Keiner interessiert sich dafür. Niemand schaut da hin. Nein, in Burma wurden die Leute auf Serviettablets, sie haben sie draufgelegt auf dem Grill, nackt. Nackt. Und dann hat man gesagt, ja, das ist so eine kleine ethnische Säuberung. Wir wollen das nicht so gerne haben, aber eigentlich ist uns das egal. Diese NATO oder diese UNO oder was sie das nennen, UNO heißt das, ja. Das ist nur, damit sie sagen, bitte nicht. So wie sie jeden Tag Palästinenser töten, vernichten, Frauen und Kinder seit Jahren, bitte nicht. UNO-Resolution, wie viele gibt es gegen Israel? Tausende? Tausende. Wie viele haben sie umgesetzt? Wie viele? Aha. Aber subhanallah, im Irak ging es schnell, ja. Als Saddam Saudi-Arabien erobert hat, da ging das schnell, da konnte man schnell eingreifen. In Libyen ging das auch schnell, ja. Weil im Irak gibt es Öl und in Libyen gibt es Öl. Und komischerweise gibt es auch immer Terroristen in Ländern, wo es viele Bodenschätze gibt. Da findest du immer Terroristen. Weil die gehen nur in Ländern, wo es Bodenschätze gibt. Und am besten, sie sitzen noch da drauf auf dem Deckel, wo die Bodenschätze drunter sind. Damit sie die dann letztendlich bombardieren. Deswegen, ja, ich war. Allah Azza wa Jal hat uns alles über die Kuffar gesagt, wer sie sind und was sie machen und was ihre Bestrebungen sind. So, wenn ihr im Krieg gegen sie seid, dann schlagt ihnen den Nacken. Wenn ihr sie schließlich dann bekämpft habt, auf eine geziemende Art und Weise, nachdem sie euch von eurer Religion abgehalten haben, dann legt ihnen Fesseln an. Das heißt, legt ihnen Fesseln an, damit sie nicht weglaufen oder damit sie sich nicht neu formieren können, um nochmal Schlechtes gegen euch zu vollbringen. Sondern legt ihnen Fesseln an. Aber schaut mal jetzt die Gerechtigkeit vom Islam. Und das wollen wir sehen anhand eines Beispiels heute von den Kuffar, wenn sie in unseren Ländern die Leute töten. Dann lasst sie als Wohlfahrt frei oder gegen Lösegeld, bis der Krieg seine Lasten abholt. Subhanallah. Dann lasst sie. Nochmal. Bitte, dass ihr das hört. Dann lasst sie als Wohlfahrt frei oder gegen Lösegeld, bis der Krieg seine Lasten abholt. Wenn ihr Gutes tun wollt, dann lasst sie frei. Wir sind die Kriegsgefangenen. Was machen die mit unseren Kriegsgefangenen? Habt ihr die Bilder gesehen in Abu Ghraib im Irak? Als diese Soldaten ihnen Hundeleinen den Irakern an den Hals gelegt haben. Diese Bilder sind durch die ganze Welt gegangen. Und sie haben sie bespuckt und darauf uriniert und so weiter und so fort. Das haben sie mit den Soldaten gemacht. So lasst sie frei. Oder tauscht sie gegen ein Lösegeld ein. Oder behandelt sie gut. Yawlat, yawlat. Das ist so viel Ghorfa, ja? Das ist so viel Ghorfa. So lasst sie frei. Oder sie sollen gegen ein Lösegeld freigekauft werden. Entweder was sie selber bezahlen oder was andere für sie bezahlen. Aber klärt die Sache. Und wenn ihr sie nehmt, dann richtet keinen Schaden an. Jetzt gucken wir auf die Sunna. Was haben die Muslime mit den Kriegsgefangenen der Kufal gemacht? Wer sagt mir das? Was haben sie ihnen angeboten? Wenn sie den Muslimen Lesen und Schreiben beibringen, dann werden sie freigelassen. Subhanallah, was für eine barbarische Religion. Terroristische Religion. Subhanallah, was sehen wir hier? Was machen sie mit den Kriegsgefangenen? Wenn überhaupt welche da sind. Wenn überhaupt welche. Was heißt Kriegsgefangene? Schaut doch nur mal auf das Wort. Kriegsgefangene heißt, man hat sie getötet oder man hat sie in Gefangenschaft genommen, um später zu gucken, was man macht. Was heißt das? Hat man sie getötet? Nein, man hat sie in Gefangenschaft genommen. Das ist erstmal Barmherzigkeit. Sonst hätte man sie gleich was? Töten können. So. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, bis der Krieg endet, das heißt, bis es keinen Kampf mehr gibt. Hatta tada'al harbu au zaraha. Bis es keinen Kampf mehr gibt. Und dann schaut, wie ihr mit diesen Leuten verfahrt. Aber seid gerecht. Allah hat euch Gerechtigkeit befohlen. Und subhanallah. Die Überlieferung von Abu Bakr al-Siddiq. Schaut mal, subhanallah. Sie sagen, wir hätten eine terroristische Religion. Wer ist uns verboten zu töten im Krieg? Für die Muslime. Wer? Wen dürfen wir nicht töten? Frauen und Kinder. Können wir das über sie sagen? Zum Beispiel, was sie in Palästin machen. Sie töten ausschließlich wem? Frauen und Kinder. Natürlich Kinder, weil sie später Soldaten werden können. Und Frauen, weil sie die Kinder zur Welt bringen. Na, wen noch? Ältere Männer. Dürfen wir nicht töten? Menschen. Subhanallah. Schaut mal, das sind Leute, die haben keine Religion von Muslimen. Aber man darf sie nicht töten wegen Respekt. Weil diese Leute Anbetung vollziehen. Also subhanallah. Und jetzt gehen wir mal weg von den Menschen, wir dürfen nicht einmal was zerstören. Welche Bäume? Olivenbäume. Da gibt es einen Nutzen. Bitte schaut euch dieses Gebot an vom Islam und vergleicht das jetzt mal. Ich meine, habt ihr gesehen, was sie mit bestimmten Ländern gemacht haben? Wie sieht Syrien aus? Wie sieht Syrien aus? Sag mir mal bitte. Wenn du rauf schaust, denkst du, da war eine Atombombe. Die ist in die Luft gegangen und da ist nichts mehr übrig geblieben. Wie viele hat man jetzt getötet in Syrien? Wie viele? Über eine Million. Bitte. Da sagte man, ja, das geht jetzt so weit, dass Assad, wie heißen diese Waffen? Chemiewaffen einsetzt. Schaut mal, das geht so weit, ja. Wenn man durch konventionelle Bomben getötet wird, das ist in Ordnung. Aber die chemischen Waffen sind zu viel. Ich meine, im Ergebnis, was ist was? Beides ist der Tod. Ob du durch konventionelle Waffen stirbst oder durch chemische Waffen stirbst. Nee, da machen wir einen Unterschied. Das ist zu grausam. Allahu Akbar. 30 Tonnen über ein Haus ist nicht grausam? 200 Tonnen über ein Haus ist nicht grausam? Phosphor ist nicht grausam? Und daher, liebe Geschwister, wisst ihr, die Muslime haben niemand anderen als Helfer außer Allah Azzawajal. Der Sieg ist nur von Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Azzawajal sagt, Fashuddu alwathaq faimma ba'du mannan wa imma fida'a. Hatta tada'al harbu au zara'ha. Das soll so sein. Und wenn Allah wollte, würde er die Walisch allein besiegen. Nein. Wenn Allah wollte, jetzt eine Frage an euch. Ist Allah allmächtig? Braucht er die Muslime, damit er die Kuffar besiegt? Könnte er sie alle in einer nicht mal Millisekunde vernichten? Warum tut er es nicht? Jetzt kommt die Hikma von Allah. Jetzt schaut, was die Hikma von Allah Azzawajal ist. Dass er die Kuffar nicht allesamt vernichtet, obwohl sie das mit den Dienern, die Allah liebt, machen. Er will aber damit die einen von euch durch die anderen prüfen. Allah will die einen durch die anderen prüfen. Und das ist die Weisheit, warum Allah Azzawajal die Kuffar nicht vernichtet. Was heißt, er will die einen durch die anderen prüfen? Es gibt Leute, liebe Geschwister, wenn sie geprüft werden. Und ihr wisst, der Kampf ist eine Prüfung. So. Wenn du siegst, ist deine Situation anders, als wenn du verlierst. Okay. Es gibt Leute, wenn sie verlieren oder Niederlagen in Kauf nehmen müssen. Was passiert mit ihren Herzen? Sie schwanken. Sie wollen dann lieber auf wessen Seite gehen? Auf die Seite der Gewinner. Obwohl diese Leute die falsche Religion haben. Und das will Allah Azzawajal prüfen. Ob jemand trotz der Niederlage, die er erfährt, erlebt, an seiner was festhält, an seiner Religion. Auch wenn er dadurch Schaden in Kauf nehmen möchte. Und dieser Krieg ist eine reine Prüfung. Oh Allahi, der Islam, der Islam, liebe Geschwister. Und ich sage jetzt etwas zu diesen blutrünstigen, müchtigen Mujahideen. Es gibt Leute, die sagen dir, wir müssen alle töten. Eine Frage. Wenn Allah den Jihad geboten hat, den Kampf. Weil jetzt zum Beispiel die Muslime angegriffen werden. Was ist das Ziel vom Jihad? Das Blutvergießen? Ich frage euch. Das Blutvergießen oder die Herstellung von Gerechtigkeit? Die Herstellung von Gerechtigkeit. Die Kuffar werden dir sagen, was heißt hier Gerechtigkeit? Wir fragen sie eins. Taib, eine Frage. Wenn ihr die ISIS-Leute, die ihr selber hochgebracht habt, aufgezogen habt. Wenn diese Leute so viele Anschläge machen, was macht ihr jetzt mit ISIS? Was machen sie mit ihnen? Sie bekämpfen sie. Ach so, bei euch ist das in Ordnung. Dann fragst du, warum bekämpft ihr sie? Wir wollen was wiederherstellen? Gerechtigkeit. Ach, Subhanallah. Aber wenn die Kuffar die Muslime terrorisieren, dann ist das nicht Gerechtigkeit, sondern dann ist das Terror, wenn sie sich wehren. So sind die Sachen. Du fragst die Kuffar. Warum bekämpft ihr ISIS? Wir wollen nicht, dass diese Leute Übles anstellen. Und wenn die Muslime nicht wollen, dass ihr Übles anstellt, seid ihr auch dabei? Antwort, Antwort nein. Nein, das ist nur für uns, weil wir sind die bessere Rasse und die besseren Menschen. Subhanallah. Wir sagen, ihr seid Masakin, Wallahi l'Abbim, ihr seid Masakin, ihr seid Leute, die Kibir in ihren Herzen haben, hochmütig sind. Und ihr wollt nicht eine Gleichstellung der Menschen, sondern ihr wollt, dass die einen über die anderen stehen. Und guckt mal, Subhanallah, der Islam, wie ich gesagt habe, in der Zeit der vier Khulafa sind die meisten zum Islam übergetreten. In dieser Zeit. Wie in dieser Zeit? Ja, die haben den Islam angenommen. Sie waren unter einer islamischen Obrigkeit, unter einem islamischen Staat und haben den Islam angenommen. Nur ein Beispiel. Omar ibn al-Khattab, radiallohan, war in seiner Zeit Khalif. Khalif. Und der Sohn von Amr ibn al-As hat an diesem Tag ein Wettrennen mit Pferden gegen einen Juden gemacht. Der Jude hat ihn besiegt. Was hat der Sohn gemacht von Amr ibn al-As, radiallohan? Er hat ihn dann geschlagen. Ungeregterweise. Dann ist dieses zu Ohren von Omar ibn al-Khattab gekommen. Dann hat er seinen Vater und seinen Sohn beide bringen lassen. Dann hat er ihm gesagt, was hast du getan? Er sagte, ich habe den Juden geschlagen, weil er hat mich besiegt. Dann hat Omar ibn al-Khattab den Juden erlaubt, dass er den Sohn von Amr ibn al-As vor seinen Augen schlägt. Warum? Weil er ungerecht war. Subhanallah, bringt BZ solche Beispiele? Bringen Sie solche Beispiele? Ja, ich war Wallahi, diese Leute waren gerecht. Deswegen haben die Leute den Islam angenommen in ihrer Zeit. Die Leute haben den Islam angenommen, scharenweise. Sie haben erkannt, darin ist Gerechtigkeit. Das ist nicht so, dass man diesen Leuten einfach etwas Übles antun wollte. Nein, in diesem Staat herrschte Gerechtigkeit. Omar ibn al-Khattab, in seiner Zeit, die Überlieferung ist durch Shawahid Hassan, wie manche Hadith-Gelehrte sagen. Er ging in seiner Zeit, dann hörte er einmal Kinder schreien. Dann kam er rein in das Haus und bat die Frau um Erlaubnis, dass er dieses Haus betritt. Er sagte zu ihr, warum schreien deine Kinder? Sie sagte, sie sind tothungrig. Sie können nicht mehr diesen Hunger aushalten. Er sagte, und was machst du? Was tust du da? Umar, das heißt am Herd, in dem du etwas erhitzt. Sie sagte, ich tue so, als ob ich ihnen etwas zu essen mache und hoffe dabei, dass sie einschlafen, damit sie den Hunger vergessen. Omar hat angefangen zu weinen, wadjallahu anh. Dann ist er rausgegangen mit seinem Diener und ist zu Beytul Mal gegangen, zur Staatskasse, und hat von dort ihre Proviant für eine lange Zeit geholt. Und er hat das auf den Rücken getragen. Dann hat der Diener ihm gesagt, ja, Amir al-Mu'minin, es geziemt sich nicht für so einen Menschen wie dich, dass du das auf den Rücken trägst. Er sagte, wallahi, Allah wird mich darüber, bei Yawm al-Qiyama befragen, ob irgendeiner in meinem Volk gehungert hat. Das sind die üblen Leute? Das sind die Leute, die ungerecht sind? Guckt mal, unsere Präsidenten oder Führer heute, werden sie sich kümmern, wenn einer tot? Wallahi, Omar ibn al-Khattab, radjallahu anh. Omar ibn al-Khattab. Er hat draußen gelegen. Und hat auf seinen Schuhen geschlafen. Auf seinen Schuhen geschlafen. Überlegt mal, draußen alleine. Er war Amir al-Mu'minin, Khalif. Khalif. Dann kam einer und wollte mit dem Khalifen sprechen. Die haben ihm gesagt, wo ist euer Khalif? Ich habe ihn zu Hause nicht angetroffen. Sie sagten, guck, da liegt er unter dem Baum. Er sagt, euer Khalif liegt unter dem Baum. Unter den Schuhen. Er hat die Schuhe als Kopfkissen genommen und dann drauf geschlafen. Eine Frage, wird ein Präsident heute alleine draußen schlafen? Wallahi, er bringt den Müll nicht alleine runter. Weil er weiß, was er an Ungerechtigkeit gemacht hat. Schaut mal, er liegt ganz ruhig, seelenruhig da. Warum? Hat er sich was vorzuwerfen? Er hat sich nichts vorzuwerfen. Deswegen ist er seelenruhig. Aber diese Leute, diese Schayatin, möge Allah subhanahu wa ta'ala sie vernichten. Alles, was sie gegen die Muslime machen und den Kuffar helfen. Diese Leute, schaut mal, was sie machen. Sie sagen dir, wir brauchen eine ganze Armee, wenn wir nur einkaufen gehen. Stimmt? Die brauchen eine ganze Armee. Und bevor sie, es gab Präsidenten, bevor sie überhaupt rausgegangen sind, haben sie erstmal einen Rundgang gemacht durch die ganzen Häuser, um zu sehen, ob es jemanden gibt, der eventuell etwas gegen sie vornehmen will. Was ist das für ein Leben? Ja, du Müll, traust dich nicht, den Müll rauszubringen. Aber so war das. So war das. Und deswegen, über wen reden wir? Wir reden über die besten Menschen. Allah azza wa jal hat uns Gesetze gegeben, selbst im Krieg. Nicht, dass wir machen, was wir wollen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, dass wenn wir im Krieg sind, dass wir, das ist jetzt etwas schwer zu übersetzen, so seid nicht maßlos beim Kampf. Was heißt maßlos beim Kampf? Die Gelehrten haben das erklärt. Das heißt, dass du jemanden zum Beispiel beim Kampf die Hoden abschneidest. Oder dass du mit dem Messer so einfach in seinem Körper rumwuchtelst und dies und das. Bitte schauen wir uns mal die Bilder an. Was haben die Soldaten mit unseren muslimischen Leichen gemacht? Was haben sie damit gemacht? Umstellt. Wisst ihr, es gibt ein Haus, es gibt ein Haus, ich weiß nicht mehr in welchem Land und welcher Stadt. Dieses Haus besteht aus Knochenstücke von muslimischen Soldaten. Das ganze Haus. Ich zeige euch das mal. Ich weiß nicht mehr in welchem Land. Subhanallah, mein Bruder hat mir das mal gezeigt. Da hat dieser eine Heeresführer damals von den ganzen Muslimen die Knochen genommen und daraus ein Haus gemacht. Subhanallah, wir haben Regeln bekommen, wie wir verfahren im Krieg, dass wir so etwas nicht machen dürfen. Weder darfst du einen mit dem Messer mal trittieren oder sonstiges. Wenn man kämpft, kämpft man, aber man schreitet oder überschreitet nicht das Maß. So hat Allah subhanahu wa ta'ala uns befohlen. Allah könnte, wenn er wollte, alle besiegen, ohne dass Allah subhanahu wa ta'ala Mühe dafür aufwenden müsste. Aber er hat das gemacht, um uns zu prüfen. Okay, wirst du an der Seite des Islam bleiben, auch wenn du verlierst? Auch wenn deine Armee schwächer ist. Na, weil es gibt Leute, liebe Geschwister, die sind nur mit dem Islam, solange der Islam gute Zeiten erfährt. Und das ist die Ayah. وَمِنَ النَّاسِ مَيْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَ حَرْفِ Und unter den Menschen gibt es manche, sie dienen Allah nur am Rande. Ibn Abbas, radiyallahu anh, sagt über diese Ayah, es gab Leute, wenn sie einen Jungen bekommen haben, wenn sie einen Jungen bekommen haben und Dinge von der Dunya bekommen haben, dann waren sie zufrieden mit dem Islam. Aber haben sie ein Mädchen bekommen und in der Dunya etwas an Verlust, dann haben sie gesagt, was hat uns dieser Islam gebrannt. Passt auf, wir können das übertragen auf die heutige Zeit. Zum Beispiel in Ägypten, in Ägypten, heute sind wir etwas politisch, verzeiht mir, ungerne, aber ich will das nur an praktischen Beispielen zeigen. Aber nicht nur in Ägypten, aber dort vor allen Dingen. Wenn die Preise steigen für Lebensmittel und da ist zum Beispiel eine islamische Regierung, wen machen sie verantwortlich? Wen machen sie verantwortlich dafür? Die Muslime. Das heißt, sie sagen, was ist das für ein Islam? Was haben deine Lebensmittel mit dem Islam zu tun? Schaut mal, subhanallah, dass er sofort die Dunya, seine Dunya-Sachen, auf was überträgt? Auf den Islam. Manchmal kann es Umstände geben. Subhanallah, in der Zeit von Omar ibn al-Khattab haben die Leute geklaut. Wisst ihr warum? Weil es herrschte was? Eine Hungersnot. Bis Omar ibn al-Khattab, und das ist auch ein Brief an die Takfiris, zum Schluss das Gebot aufgehoben hat mit der Hadj-Strafe. Oh, er hat die Gesetze Allahs geändert. Was machen wir mit Omar ibn al-Khattab? Was machen wir mit ihm? Ist er ein Käfer geworden? Hm, Khedin-Sham. Aber warum hat er das gemacht? Weil in dieser Zeit gab es nichts zu essen. Das kann passieren. Das kann passieren, dass man geprüft wird. Ohne Frage. Aber jetzt ist die Frage, jetzt ist die Frage, haben die Leute dann trotzdem am Islam festgehalten? Sie haben am Islam festgehalten. Heute aber, wenn ihnen nur etwas passiert in einem islamischen Land, wen machen sie sofort verantwortlich? Den Islam. Was hat der Islam damit zu tun? Was hat der Islam damit zu tun, wenn die großen Weltmarktführer die Preise so unter, so, wie ist das? Ja, so herabsenken, dass ihr zum Schluss Probleme habt. Damit hat der Islam nichts zu tun. Aber das haben sie verknüpft mit dem Islam, nur um ihre Dunja-Angelegenheiten über den Islam zu stellen. Subhanallah. Der Islam hat damit nichts zu tun. Und dann seht ihr diese Leute, sie wollen dann nur immer das Beste erreichen. Oder, wenn der Islam ihnen Wohlstand bringt und Macht bringt, dann sagen sie, seht ihr, das ist die beste Religion. Auf einmal. Auf einmal ist das die beste Religion. Und das sind Leute, sie dienen Allah nur am Rande. Solange es ihnen gut geht, dann sind sie zufrieden damit. Aber wenn sie geprüft werden von Allah, sie sind die Ersten, die ihre Religion verkaufen. Oh Allah. Oh Allah. Wie viele Leute gibt es davon? Allah hat die Heuchler beschrieben, wenn sie wussten, ein Urteil ist zu ihrem Vorteil, dann sind sie zum Propheten, und haben gesagt, du musst über uns richten. Wir wissen, du bist gerichtet. Auf einmal. Aber Allah sagt, wenn das Urteil gegen sie war, dann siehst du, wie sie sich dir am heftigsten widersetzen. Ja, Allah. Das sind Leute, die missbrauchen den Islam für ihre Zwecke, liebe Geschwister. Na. Und denjenigen, die auf Allahs Rechte betrachtet werden, wird er ihre Werte nicht spielen. Und Allah hat denjenigen versprochen, die sich dann abmühen für die Religion Allahs Azzawajal und dann letztendlich den Kampf vollziehen. Allah Azzawajal wird ihnen nicht ihre Werke vereiteln, weil sie haben das Höchste gegeben, was man nur geben kann. Sie haben das Höchste bei diesem Krieg gegeben, was man nur geben kann. Und sie haben tatsächlich Allahs Azzawajal Religion zum Sieg verholfen. Nicht ihre eigenen Belangen, ihre eigenen Bedürfnisse, sondern das Wort Allahs Azzawajal, das ist am höchsten gehalten wird. Deswegen lässt Allah Azzawajal nicht ihre Werke in die Irre gehen. Und deswegen, wenn die Kuffar die Muslime bekämpfen und sie töten einen Muslim, was ist er für uns in unserer Religion dann? Ein Schahid. Wisst ihr, warum Schahid? Woher stammt das Wort? Schahid. Wenn wir sagen, Schahide. Weil dieser, der gestorben ist bei dieser Sache, der hat tatsächlich den Islam umgesetzt. Alhamdulillah. Mit allem. Nur damit das Wort Allahs Azzawajal am höchsten bleibt. Damit das Wort Allahs Azzawajal am höchsten bleibt. Und ihr seht, subhanallah, manchmal kommen die Feinde des Islam und sie bombardieren überall. Warum trifft es gerade Leute, die vielleicht unschuldig sind? Ich sage euch warum. Weil Allah hat nicht akzeptiert, anders als dass die Leute nur als Märtyrer sterben. Damit Allah diejenigen kennt, die gläubig sind und damit er euch zu Märtyrern nimmt. Allah akzeptiert nur für diese Leute, dass sie auf diesem Weg sterben. Und deswegen hat Allah Azzawajal ihnen den höchsten Lohn versprochen. Er wird sie recht leiten und ihren Dienstzustand bessern. Allah Azzawajal wird diese Leute recht leiten zu dem Weg des Guten, so dass ihre Taten nicht verloren gehen. Und er wird alle ihre Angelegenheiten, subhanahu wa ta'ala, bessern. Alles was sie machen, Allah Azzawajal kümmert sich darum und wird dafür sorgen, dass diese Leute Glückseligkeit in der Dunja und in der Akhirah erfahren. Und er wird sie in den Paradiesgarten eingehen lassen, den er ihnen kenntlich gemacht hat. Und er wird sie in das Paradiesgarten eingehen lassen, den er ihnen kenntlich gemacht hat. Das heißt, Allah Azzawajal hat diesen Leuten das Paradies beschrieben. Warum? Damit sie sich danach sehnen. Allahu akzeption. Damit sie sich danach sehnen. Jetzt, wenn du ein paar Ayat über das Paradies liest, sehnst du dich danach oder nicht? Seht ihr euch? Das heißt, warum haben wir diese Ayat im Koran? Warum? Damit wir uns danach sehnen. Damit wir dieses begehren. Und subhanallah, du siehst heutzutage, Leute, der ist ein Muslim, aber einer mit einem sehr schwachen, schwachen, schwachen Iman. Dann fragst du ihn, hiachi, womit beschäftigst du dich hauptsächlich? Ja, das ist so, alles langweilig und das Leben. Und der erzählt dir erstmal einen ganzen Film-Hindi-Sang. Wir kennen die Film-Hindi. Das heißt, es kommen immer 13 Teile danach. Ja, wie der Fuß von Hamza. Operation. 13 Teile danach. Teil. Dann fragen wir eine Frage. Warum hat er einen schwachen Iman? Ihr sagt euch warum. Oder ihr sagt mir warum. Warum hat er einen schwachen Iman? Ist klar, Sünden und so weiter und so fort. Aber warum hat er einen schwachen Iman? Wer sagt mir das? Warum hat er einen schwachen Iman? Er glaubt daran, sonst wäre er ja ein Käfer. Aber er beschäftigt sich nicht damit. Er beschäftigt sich nicht damit. Er liest nicht die Ayat. Er beschäftigt sich nicht damit. Er liest nicht den Tafsir, die Erklärung von diesen Ayat. Je mehr du darüber liest, umso mehr begehrst du das Paradies. Subhanallah, ya Ikhwah. Es gab einen damals, in der damaligen Zeit. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hat einmal die Reihen gerichtet. Das war kurz vor dem Krieg, in den sie gezogen sind gegen die Götzendiener. Dann hat er ihnen gesagt, Steht auf zu einem Paradiesgarten. Das heißt, wenn ihr den Kampf durchsteht, dann werdet ihr Paradiesgarten bekommen, dessen Breite wie der Himmel und die Erde ist. Dann hat er gesagt, Bachin, Bachin, dieser Sahabi. Er sagt, Was hat dich dazu veranlasst zu sagen, Bachin, Bachin? Was heißt Bachin, Bachin? So wie gewaltig, gewaltig. Was, so ein Paradiesgarten, wie zwischen Himmel und Erde, wer ist das? Himmel und Erde. Hier hast du, subhanallah, wenn du ein Grundstück von 150 Quadratmeter hast, du denkst, du bist der Beste in Berlin. Wie zwischen Himmel und Erde. Dieser hat dann über das Paradies nachgedacht. Dann ist er auf Schlachtfeld gegangen, hatte ein paar Datteln in der Hand. Dann hat er die Datteln angeguckt und mit ihnen gesprochen und gesagt, Wallahi, es dauert viel zu lange, euch aufzuessen. Hat sie weggeschmissen und ist in den Kampf gezogen, bis er getötet wurde. Der hat nicht mal abwarten können. Warum? Diese Leute wussten, was die Stellung vom Paradies ist. Wussten, was die Stellung vom Paradies ist. Deswegen, Allah, azzawajal, hat uns das Paradies kenntlich gemacht, damit wir uns danach sehen. Stellt euch vor, Allah hat uns nichts über das Paradies gesagt. Ich meine jetzt die ganzen Ayat, die ganzen Verse über das Paradies, die ganzen Hadith über das Paradies. Du liest zum Beispiel eine Huril'in, eine Paradiesjungfrauen. Wie sind sie? Als ob sie Perlen wären, Korallen wären, Rubine wären. Allahu akbar. Allahu akbar. Wer wird sich nicht interessieren für solche Geschöpfe, die er, inshaAllah ta'ala, im Paradies bekommt? Wer wird sich nicht interessieren dafür, dass Allah, subhanahu wa ta'ala, ihn im Paradies nur das Angenehmste verschaffen wird? Einer wird im Paradies nicht arbeiten, wie hier. Da gibt es auch kein Hartz IV. Alle sind reich. Und wenn er sein Reich betrachtet, dann sieht er nur ein gewaltiges, großes Reich. Vor ihm, das ist sein Reich. Und je mehr er gewirkt hat, umso besser. Einmal, die Beliefung ist bei Tilmidiyu und Sheikh al-Albani, rahimullah ta'ala, hat sie als Sahih klassifiziert. Einmal saßen die Sahaba, ohne Abu Becker und Umar, mit dem Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Dann sagte er zu ihnen, seht ihr die Sterne? Sie sagten ja. Sterne, wie weit sind die Sterne von uns entfernt? Wenig oder schon eine Menge? Er sagte, seht ihr die Sterne? Sie sagten ja. Er sagte, der Unterschied von den Paradiesplätzen von Abu Becker und Umar ist wie der Unterschied zwischen euch und der Entfernung der Sterne hier. Das heißt, im Paradies werdet ihr nur weit nach oben gucken, das sind die Paradiesstufen von Abu Becker und Umar, radiallahu anhu. Subhanallah. Wer will nicht so ein Paradies? Ja, achi, jemand, der im untersten Paradies ist, ist nicht wie jemand, der im Verdau ist. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hat uns animiert, was anzuvisieren. Verdau's al-A'la. Warum? Weil Verdau's al-A'la, wie es in einer Überlieferung bei Bukhari heißt, der Thron von Allah, azzawajal, ist dessen, ist dessen Dach und darunter fließen Flüsse. Allahu Akbar. Der Thron ist dessen Dach und über den Thron ist Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Deswegen, als Asiya, radiallahu anha, kurz davor war, von diesen Mujrimien, von den Soldaten von Firaun getötet zu werden, dann sagte sie, Rabbi bin ili indaka beytan filjannah. Indaka beytan filjannah. Baue mir bei dir ein Haus im Paradies. Die Gelehrten sagen al-Qurtubiyu und andere, sie sagen, ikhtaratil jahr qabladdar. Sie hat erstmal den Nachbarn erwählt, Allah, bevor sie das Haus genannt hat. Sie wusste. Subhanallah. Die Paradiesgärten sind nicht gleich. Und Yachi, du solltest nicht einer sein, der sagt, ich gebe mich mit dem Untersten zufrieden. Wenn du so eine Einstellung hast, wirst du gar nichts erreichen. Ich vergleiche das immer mit dem Beispiel, einer will für eine 4 plus lernen, damit er nicht durchfällt. Was schreibt er zum Schluss? Eine 5 oder eine 6, manche auch eine 7, so Katastrophe. So schlimm. Die haben nicht mal ihren Namen richtig geschrieben. Einmal, ich weiß noch damals in unserer Schule, einer hat den Namen von einem Schüler korrigiert. Seinen eigenen Namen hat er falsch geschrieben. Überleg mal. Aber wenn du für eine 1 lernst, was wirst du schlimmsten falsch schreiben? Vielleicht eine 2 oder lass auch eine 3. Aber du bist immer noch im oberen Bereich. Deswegen, dass du nur sagst, ja, gerade mal so und einmal im Jahr spende ich 20 Cent und einmal im Jahr mache ich ein Nafiler-Gebet und was ist das, Yachi? Was hast du denn sonst zu tun? Und durch diese viele Ibadah, was passiert? Er hat weniger Zeit für Sünden und zusätzlich stärkt er sein Iman, weil der Iman steigt durch gute Taten. Das heißt, wenn du ein Muslim bist, der seine 5 Gebete versucht in der Moschee zu beten, wenn auch 3 oder 2, wenn du Arbeit hast, Alhamdulillah, so viel du kannst. So viel du kannst und du betest deine 12 Sunnan am Tag und du liest am Tag einige Seiten vom Koran und du machst Dikr du machst Dikr, das heißt, du gedenkst Allah subhanahu wa ta'ala morgens, abends sowieso, das ist Standard, das muss sein, liebe Geschwister, muss sein, heißt, jeder sollte darauf seinen Fokus legen. Dann, wann hast du Zeit zum Sündigen, Yachi? Wann hast du Zeit zum Sündigen? Wann kommt man dazu zum Sündigen? Wer sagt mir das? Wenn man viel? Viel Zeit hat. Der geht ins Internet, sagt, mal gucken, was die Welt im Internet bringt. Von Nachrichten, subhanallah, hat noch eine Nachrichtensprecher, wir sehen mit Bart, zum Schluss landet er auf einer Seite mit etwas ohne Bart. Und dann? Und dann? Das kam nur durch was? Durch seine, durch seine Freizeit. Aber hätte er etwas zu tun gehabt, dann sagt er, ich muss jetzt zum Beispiel die Buchstaben lernen, damit ich Al-Fatihah richtig spreche. Ich muss jetzt zum Beispiel diese Akide-Angelegenheit lernen. Ich muss jetzt zum Beispiel diese Füchre-Angelegenheit lernen. Ich muss jetzt zum Beispiel meinen Kindern etwas beibringen. dies, dann hast du was zu tun. Du bist beschäftigt, du hast keine Zeit für Sünden, jahri. Aber diese Freizeit hat uns kaputt gemacht. Wallahi l-Adim hat uns kaputt gemacht. Deswegen der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagt in einer Überlieferung bei Al-Tirmidiyu. La ta zula, qadama abdin yaum al-qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Die Füße von einem Dina yaum al-qiyama werden sich nicht bewegen, bis er über vier Dinge gefragt wurde. Was ist das Erste? An umrihi fima Wie hat er seine Jugend verbracht? Überleg mal, du stehst an einem Punkt yaum al-qiyama am Versammlungsort, wo die ganzen Leute sich befinden. Allah sagt, du darfst keinen Millimeter weiter, bis du, über was du jetzt erstmal gefragt wirst, über dein Jugend. Oh mein Dina, was hast du an diesem Tag getan, als du sechs Stunden im Internet warst und dir nur diese versauten Filme angeguckt hast oder die versauten Bilder angeguckt hast oder dass du nur über etwas geguckt hast, was schädlich für dich ist. Was hat dir das gebracht? Allah wird dich befragen über jede Sache. Du darfst vorher nicht laufen. Ja, überleg mal, wenn du gegenüber deinen Eltern sagen müsstest, was du in dieser Zeit gemacht hättest, wäre er in der Lage dazu? Das sind deine Eltern, die für dich vielleicht in der Dunja die gewaltigste Stellung haben. Aber ich sage dir, vor Allah, muss du verantworten, was hast du in dieser Zeit gemacht? Das ist ein Hadith, der authentisch ist. Keine Füße von einem Diener werden sich bewegen, yaum al-qiyama, bis er über vier Dinge befragt wurde. Das erste nach seinem Alter, dann geht es weiter, auch nach seinem was? Wie er es verdient hat und wie er es... Damit haben wir auch schon ein Problem. Von manchen, sie verdienen das Geld haram und geben es auch im Haram aus. Und die Besten sind die, die Haram Geld verdienen, aber Halalfleisch kaufen wollen. Kennt ihr die? Das sind die allerbesten. Ach, ist dein Fleisch auch wirklich Halal? A'udu billah, sonst kaufe ich das nicht. Sag ihm mal, wie du dein Geld verdient hast. Vielleicht nimmt er dann dein Geld nicht. Das interessiert dich nicht. Deswegen, je mehr wir uns mit dem Paradies beschäftigen, umso mehr werden wir es begehren. Umso mehr werden wir es begehren. Und vielleicht, wenn die Zeit mal ist, dann können wir ein paar Beispiele von den Salaf nennen, wie sie sich mit dem Paradies beschäftigt haben. Wallahu ta'ala ala wa'alam, subhanakla wa muhamdiki, ashadu an la ilahe illa an, astaghfiruka wa atubu ilayki. Na. Gibt es Fragen? Da. Barker. Na. Hast du noch mal gesagt, ich hätte mit dem, er wird sie recht leiten. Kann man so sagen, wie auch Allah subhanakla mit dem gesagt hat, mit den zwei, also in der Dunja und in der Akhirah, weil da sind sie ja eigentlich, wenn man die Ere danach findet, sind sie ja schon tot. Das heißt, er wird mit den drei Fragen und den ganzen Abloch des Tümpferes. Na, wir haben ja gesagt, aber wir können das nächste Mal nochmal darauf eingehen, inshallah ta'ala. Warum diese Sache? Es tut mir leid, ich musste das ein bisschen kurz fassen alles. Ich weiß, es war ein bisschen knapp, weil wir auch Montag immer ein bisschen mehr Zeitdruck haben. Aber inshallah das nächste Mal, ich merke mir das, wenn wir das inshallah ta'ala, damit wir das auch nicht verspäten. Baraka, Fikum, und ich sage mal. Salam.